Ich habe Sie hier gebeten. Es handelt sich um eine Auskunft. Eigentlich nicht so richtig. Also, Frau Charlotte Winkel, geborene... Blank. Richtig, richtig blank. Und Ihr Mann ist doch PG. Ja. Ja. Sagen Sie, was für Leute wohnen eigentlich in Ihrem Haus? Ist Ihnen vielleicht irgendetwas aufgefallen? Ich meine, was die Stimmung anbelangt und so? Nein. Na ja, es hätte ja sein können. Natürlich, man kümmert sich nicht viel um die Leute im Haus. Man hat ja wirklich andere Sorgen heutzutage. Ja, ich komme ja auch selten mit jemandem zusammen. Eben, eben. Sie kommen mit Callum zusammen. Höchstens im Luftschutzkeller. Na, und was da zusammengequatscht wird von der sogenannten Hausgemeinschaft, kennt man ja. Nichts als Scherereien und unnötige Arbeit hat man damit. Gott! Gott! Sie wollen behaupten, Sie haben Ihren Bruder seit Jahren nicht gesehen? Gott, mein Gott! Antworten Sie! Ich... ich habe ihn nicht erinnert. Abhören! Ich werde hier vor. Oh, ja... Du bist nicht versteckst, er. Wir brauchen eine aber nicht, er ist nicht ein paar Karte. Ich habe ihn nicht zufrieden. Du bist nicht versteckst, er ist nicht versteckst, dass ich... Sie wissen, wie es löffelt. Du bist nicht versteckst, er ist mein Ding. Sie wissen, wie es nicht versteckst du? Ach du nicht versteckst. Das war's. 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 Das war's.